Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem süchtigen Schweinehasen-Spiel. Direkt Arena Modus und dann gucken wir mal, was kriegen wir denn hier direkt zu Hause. Wir kriegen hier eine Ameise, wir kriegen hier einen Vogel und wir kriegen hier einen Grashüpfer. Ich hasse Grashüpfer. Die sind immer im Sommer auf meinem Auto, immer. Egal welches Auto ich fahre, er ist immer da. Er ist immer am Start. So, dann würde ich sagen, wir machen diese Ameise hier hin. Der Vogel versteckt die Ameise und er versteckt dann auch nochmal alles. So, was kriegen wir hier? Nur Kacke eigentlich. Deswegen würde ich sagen, enttüren und let's go! Alle haben zwei Schaden. So, man kann jetzt schon mal gucken, indem ich... Oh, er hat nur zwei, er hat direkt aufgelevelt. Indem ich mal eben ausmache, dass ich jetzt schon gewonnen habe. Wir machen dreimal zwei Schaden und er hat nur zweimal zwei Leben. Er hat einfach verloren. Bumm! Bumm! Patsch! Wumm, wumm! Klatsch! Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Die haben ja auch noch Fähigkeiten. Aber wir haben trotzdem gewonnen, ich habe es gesagt. So, ein Schwein vorne mit dabei. Jetzt einsteigen und dabei sein. Dann machen wir ein Moskito nach hinten. Den machen wir besser. Würfeln einmal. Und gehen in die nächste Runde, meine Freunde. Ach ja, jetzt haben wir den Moskito verbessert. Stimmt, ja. Ich muss ja gucken, wo ich überhaupt die Ameise hinschmeiße, ne? So, was passiert? Und das Spiel kannst du auf Steam spielen, im Browser spielen, auf dem Handy spielen. Du kannst es einfach überall spielen. Er hat gewonnen. Wenn du das im Browser spielst, du musst dich nicht mal für anmelden. Dann heißt es einfach, Animus, schieß mich tot und deine Telefonnummer. Oh, hier haben wir ein Schwein hier. Guten Tag, Herr Schwein. Frau Schwein, was geht? Schwein ist mit am Start. So, dann werfen wir einmal. Dann haben wir hier noch ein Tweedy. Und dann würde ich sagen, machen wir Ameise weg. Spinne rein. Und dann werfen wir nochmal. Noch eine Spinne. Let's go. Nächste Runde. Stimmt. Daran denke ich gar nicht. Egal. Wenn der Moskito jetzt vier Zweiern hat, dann hat er Moskito. Oh, zwei Schweine gegen ein Schwein. Und? Das eine Schwein ist weg. Das andere auch. Der nicht. Weg. Zack. Nicht weg. Zack. Weg. Hallo. Weg. Und entschieden. Machst du nix. Und entschieden ist immer noch besser als zufrieden. Daran darf man nicht denken. So, wir haben hier eine Spinne. Die Spinne. Hier haben wir ihn. Statt. Statt. Statt ihn machen wir ihn. Und machen ihn nach hinten. Damit. Machen wir so. Machen wir so. Schwein. Pass auf. Hinter dir ist ein Moskito. Schwein. Pass auf. Moskito. Ich habe hier nichts. Wir können rollen. Und nur kackig. Nichts dabei. Nichts. Let's go. Stärker geworden. Schweinchen. Führ uns an. Schweinchen macht das. Die Ameise nicht tot. Schwein hat einfach gegen die Ameise verloren. Bam. Bam. Klatsch. Matsch. Guck. Bam. Weg. Klatsch. Weg. Aha. Und weg. Nö. Zwei Leben verloren. Okay. Konzentration jetzt hier. Bam. Bam. Ah. Und kriegen einen Lama. Wenn du vier oder weniger Pets hast, dann 2-2. Das heißt, wenn man dieses Lama spielt, dürfen wir keine fünf haben. Kriegt aber 2-2 dann. Jede Runde, ne? Ja, man wird ja mächtig dadurch. Aber uns würde immer ein Pad fehlen. Machen wir nicht. Weg damit. Ah. Stinken alle. Die stinken alle. Dann machen wir so. Nein. Warte. Muss. Warte. Muss er haben? Ja, er muss haben. Wenn ich das jetzt nehme, müssen wir hoffen, dass er einen abkriegt. Alle haben zwei Angriffen mehr. Aber nur für eine Runde. So, let's go. Und er kriegt auch nochmal einen. Wir haben jetzt eine Zehnerkatze. Mow. The Fictive Warrior. Schwein greift an. Schwein stirbt auch direkt. Batsch. Batsch. Klatsch. Matsch. Fatsch. Und jetzt. Unser Kätzchen. Macht sie alle fällig. Aber verliert trotzdem. Du. So. Wir können jetzt den verbessern. Dann macht er schon mal zwei Angriff. Das heißt, Katze hat gleich zwölf. Was nehmen wir denn? Einen Freund kaufen macht fünf, fünf. Achso. Mach doch mal ein, ein dazu. Ich würde sagen Amazon. Leider hat er die Katze nicht getroffen. Moskito könnten wir behalten. Der Hase, der macht halt ein Leben. Ja, dann füttern wir ihn nochmal. Und er macht halt nochmal so. Let's go. Er macht auch nochmal zwei. Jetzt haben wir ein 13er Kätzchen. Mow. So, Schwein. Gib alles. Bam. Batsch. Klatsch. Matsch. Fatsch. Jetzt aber ja. Bam. Jetzt aber. Bam. Und Kätzchen. Hinten. Machst du nix, machst du nix. So, was machen wir? Hier haben wir einen Hummer. Wenn ein Freund beschworen wird, kriegt er 2-2. Wenn er nicht kämpft. Hä? Wir haben uns Q. Gib 2-2. Und? Er füttert erstmal alle. Hier, Poppy. Poppy ist schon gut, ne? Ist das der? Machen wir einen Poppy. Poppy. So, äh. Wir dürfen, wir dürfen ja kein Geld ausgeben. Egal, jetzt haben wir Geld ausgeben. Dann nehmen wir das. Das macht alle Tiere in Zukunft 2-1 stärker. Und Garlic für unser Kätzchen. Na komm. Sping. Und wir müssen jetzt immer 3 Gold übrig lassen. Eine Schildkröte mit Garlik. Bumm. Weg. Batsch. Weg. Batsch. Weg. Das, das war kompletter Quatsch. Das will ich mal eben sagen. Er hat, dieser Papagei, kopiert die Eigenschaft von dem da vorne. Also, der vor ihm ist. Vor ihm war die Schildkröte. Die Schildkröte, wenn sie stirbt, gibt den Hintermann eine Melone. So, der Papagei, wenn der also stirbt, gibt er den Hintermann auch eine Melone. Und sein Hintermann hatte aber doch schon Knoblauch. Und man kann nicht 2 Sachen haben. Knoblauch und Melone. Das geht nicht. Also, hat er eigentlich seine 3 Gold verschwendet. Der braucht mehr Leben. Der braucht mehr Leben. Angriff ist gut. Leben ist scheiße. So. Äh, was machen wir? Erstmal den hier. Und dann geben wir ihn das hier. Er macht wieder alle stärker. Dann wirfen wir einmal. Zunnen wir uns noch die Biene. Aber die dürfen wir jetzt nicht kaufen. Wir haben zwar 3 Gold, aber er muss stärker werden. Äh, der macht ihn mal stärker, stärker. Wir können die ja auch ab und zu mal tauschen, damit er auch mal ein bisschen was abkriegt. Das Schwein, ne? Dann würde ich ja eher hier so einen 5er Schaden dahin machen. Wenn ich jetzt das Schwein verkaufe, kriege ich ein Gold. Das bringt mir nix. Okay, wir dürfen auch nicht mal würfeln. Wie gesagt, wir müssen 3 Gold behalten. Damit er, bumm, 2-2 kriegt. Und, und der Hund muss hoch. The fictives Warriors. Guten Tag. Guck mal, das Schwein kriegt einfach gar nix gerissen. Alter, der Moskito ist Level 3. Das heißt, er kippt allen, also 3 Gegnern. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Und sein Scheißbienchen hat wieder überlebt. Mann. Immer gerade dann, wenn es spannend wird, verliere ich. Ich hatte doch gerade meinen Plan. Ich wollte ihn hochmachen. Ich wollte das Schweinchen verkaufen. Ich wollte es auch. Shit. Wir haben nicht mal einen Pokal gekriegt. Manu. Tschüss. Nächste Woche.